ein riesen fan von to go to go bin und auch ein fan von nordsee dachte ich kombiniere das heute zum ersten mal eine nordsee to go to go box ich frage mich ob sich das lohnt bei golden phoenix in so einem asiatischen restaurant bei uns das war ultra broken ich habe mich auch noch mal satt gefressen für 4 euro mal gucken für 5 euro oder 4,50 euro bei nordsee ob sich das lohnt wenn ich jetzt so ein garnelenei baguette bekommen will dann fick ich auch mein leben will mich nur sie verarschen das fünf euro für das der mir eine soße gegeben und ich denke irgendwie man kann irgendwie mehr voll machen junge nicht mal eine soße diese remoulade ist der einzige grund warum ich da hingehe und die meinten kein remoulade kann ich nicht mitgeben das ist doch rest pack doch ein bisschen bisschen drauf hier warum lässt du das frei warum warum aber wenig sind die kartoffeln nice fazit lohnt sich hart nicht nicht bei nordsee